Prozent das ist nicht nicht nun der Bescheid ist man Handflantagen errichten müssen da ist ohne Holz jetzt zieht er endlich mal ein um Prozent Prozent aber auch wieder ganz vergessen auf die Uhr zu gucken das heißt ich habe überhaupt keine Ahnung wie lange ich schon Stimm ich kann ja auch dass ich den Nutzen auch schon eine halbe Stunde und jetzt wahrscheinlich irgendwo drin wahrscheinlich will ich jetzt so machen das schon jetzt durch die auch nicht jedes mal schluss mit hallo sagen durch die Aufnahme aber ich trotzdem ein bisschen an oder city erinnere dass oder city orientiere dass sich halbwegs er kommt mein Schiff endlich an da ist es als ich dann heute auch ein bisschen gucke dass ich das dann auch passend kriege und nicht das Ende von einer Folge und ein Ende von einer Aufnahme und der Anfang der nächsten Aufnahme in ein und demselben Ding ins Reinkriege gut jetzt ist mein Schiff da jetzt schwimme ich hier wieder zu dem Typen da ich möchte hierbei schon mal aufmerksam machen dass ich höchstwahrscheinlich auf Dauer doch einige Probleme bekommen werde meine Lager stehen meine Lager stehen jederzeit Schülwert kaufe oh ein Segel Saatgut Most damit kann ich also Most sehen wenn gut ich brauche Holz mal 20 Stück ja ihr habt ein gutes Geschäft gemacht sagst du und bringen wir mal zurück gut wir sehen jetzt kann ich auch die Webstube errichten mal dort hin Dondon ist jetzt Prozent Kleidung hergestellt werden die hier in dieses Glück hier machen dass ich den mehr steuern auf die Tasche ziehen kann ich bin und das wird schon ein sie ist bei einer steinmetz hütte das sind also ein Eisen vollkommen ist auch Eisen vollkommen da sind stein vollkommen dann werde ich jetzt erst ein kleines Markthaus hier errichtet dafür gebührt euch ein Platz im Himmelreich und jetzt habe ich eine Verbindung mit Bruder Hilarius aufgenommen der jetzt so freundlich ist und aha so so mehr nicht nur verkaufen achso hier unten kann ich das abkaufen was haben wir denn da Werkzeuge und Steine knapp an Werkzeug ich verkaufe euch gerne etwas von meinen Vorräten oder so gut ich weiste das so und dorthin schön nah an dem Stein vorkommen damit wir das abbauen gut wie sieht es aus 240 Bürger wie viel habe ich 180 das würde ich bei Holz davon habe ich aber noch einiges aber da geht nur so einiges so das Problem ist nur diese Bauernhäuser sind nicht von mit der Kirche verbunden hier habe ich etwas ungünstig platziert Alternative 1 ich war noch eine Kirche aber dann wird 2 Ignorius weil es geht letztendlich auch nicht darum dass die alle glücklich sind sondern dass es eher existieren und 3 Bauhäuser gibt die noch glücklich sind 1 2 das ist eng da da so so Werkzeugkante werde ich jetzt bevor da muss ich mal gucken und war das denke ich noch einmal das hat 2 und das hat auch 2 und das hat 5 und das hat 5 gekostet das hat 5 gekostet das bräuchte Werkzeuge soll ich mir ungefähr 20 aufrunden in diesem Spiel ist es besser wenn man sowas aufrundet als abrundet sonst stehe ich da dumm da hm 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 wie ich vorher noch vergessen habe zu erwähnen ist in diesem Spiel ist leider ist so dass das Spiel auch ohne Kampf und so und allein wirtschaftlich komplex ist weil es immer schwieriger wird dann kommt nur kommt nur und seht euch das sind 10 oh wie viel das ist aber sehr teuer ich schlage ein das ist schön wir wollen und deswegen kann es nicht vor später einfach schlechter ihr seid ein ehrbarer Mensch der Kaiser wird davon erfahren also ich werde wahrscheinlich irgendwann in mehr oder weniger etwas hey so wird sich nicht werden kommen einfach mal ins Thema demokrat das haben wir eigentlich alles es gibt vier Highlight die jetzt hier rum sind das bin ich habe den Bettler-Scan gegeben an den Kuhn-Fanien noch am coolsten von den anderen ein Skindop der Führer Medaillen von Zauberwürfel Bonus Inhalte von Zauberwürfel überhaupt keine das sind die Bonus Inhalte na ah nein ach gullung oh Puder Hilarius den würde ich gerne mal nehmen ihr müsst mir in dieser Angelegenheit zur Hand gehen wie junger Hälfte in der Welt sieht denn der kranke Kaiser aus ist ja krank das kann so Farben jawohl ich kaufe mir Farben und Wappen so äh der wollte dass ich ihm zur Hand gehe folgen bittet ihn folgenden Auftrag an auf der Karte sind Schiffe von Keter gegnern die ein Handelsschiff davon und bringen sie Beweise okay 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 normalerweise ist die Frage oben gut wenn ich hier drauf zwei so gehen wir mal dahin nein 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 erst mal Werkzeuge weg so weiter geht's weit machen zum Angriff ich warte jetzt eigentlich nicht vor Hitler zu imitieren das bewegt sich auch dort müsste es jetzt irgendwo sein da ach sie haben neues Land gesichtet das ist mir jetzt auch egal oh leeg alter was ist los so es hat ab jetzt muss ich hinterher schwimmen lassen und automatisch beurte das Spiel alle halb und automatisch beurte das Spiel alle halb spiel gewinnen sie haben auf einer Insel ein Gebäude älter Baum hä ist älter Baum was ist der für ein Humbug du willst unseren Schutz zauber aber es braucht ein paar Zutaten um ihn zu weben nicht wahr Schwester da die Bekollung die Bekollung hat nicht mehr zu viel und zu beweisen mitnehmen ich weiß nicht was das jetzt aber ich könnte noch mal mit zweiten gucken ich bin ja in Kiders Haven anderswo ist das Leben noch schlechter als hier in der Höhe der Mitte der Leute einziehen wie freut sich doch noch mal 140 Kriegchen und Bürger aber er hat in Sicht was wird 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 wo Quartz Nehmann Stolen nicht Da, oder? Ja. Schiff. Angriff. Was ist hier eigentlich los? Wenn das mal mal abschießt hier, dann sind Frames bei Null. Äh, zwei was. Bam. 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 Guck mal. Ich hab wieder getroffen. Ah. Ja, nicht. Ja, nicht. Ach. Ja, nicht. Ach. 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 Ich hab' die Zivane. Das ist ein Italien. Also, ich hab' nur ne Flagge. Eigentlich ist ja eine weiße Flagge die Eigenschaft hat, dass man sie hisst, wenn den von den Gegner nicht angegriffen wird. So, das geht jetzt automatisch. Ach, und hier handeln die schon wieder. Vielleicht ja. Ah, was habt ihr zu vermelden? Ich werde dem Kaiser von eurem Einsatz berichten. Scheiße, sind sie ein Zombie oder was? So, Schiff. Angetreten. Zurück. So. Ja gut, ich habe ja noch eine kurze Pause. Zwischen noch mal die Aufnahme weiterlaufen. Und das ist nur einfach mal so. Na, halt euch doch mal mit dem Einzug. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Das ist unglaublich schön. Ja. Erstmal eine Eisenmine hier draufhacken. Oder so eine Saison, wo du vorabschonst. Oder so eine Saison, wo du vorabschonst. Oder so eine Saison, wo du dir ernstst. Oder so eine Saison, wo du dir ernstst. Oder so eine Saison, wo du dir ernstst. Und hier ist auch noch hier so eine. Warte mal, das ist doch die Holzfäller. Da darf ich auch nicht rangehen. Warte, kacke. So, dann machen wir das mal so. Das ist ja letztendlich egal. Die bringen das von dort nach dort. Und dann ist es weg. Was brauche ich noch? Kühlerei. Oder Zitkohle aus Holz. Mal dorthin. Eisenschmelze. Aber ich will Holz. Ich glaube es nicht. Ich brauche das. Ich brauche das. Stimmt denn da jetzt ein Holz hier? Alles für heute. Brummert das ab. Na, komm doch mal gut. Hier sind eigentlich die Burger. Hier sind ganz polno Gewürze. Und Vergnügen. Ab bei 355 Burger. So, wenn ich dann auch mal irgendwie es hingeregelt bekomme, dass das Holz mal abgebaut wird. Okay. Diese Schnellabholen wird dann bei allen Gewerben gesperrt. Da kommt der Typ endlich mal an. Und jetzt noch warten. So, wenn ich dann noch 5 Bringer sind, dann sind das aber nur 7. Was ist denn das für eine Verarsche? Einträcht. Ich würde die liebsten Baunhütte dafür abreißen. Ich würde nicht einfach noch warten, bis die mal das Holz abgeholt haben. Mach hin! Ne, der fährt das nicht abholen. Ne, der holt das. Ich reißte gleich was ab. Ich habe noch keine Ahnung was. Anfangen. Im Wildspügel. Okay, ich kaufe es noch. Ne. Da. Hier schon die Orientierung vor allem höre. So, es sieht ganz danach aus, dass das jetzt auch ein längerer Park wird. Noch ein etwas länger. Ich habe übrigens versehentlich, ja, ganz am Anfang des Videos das Intro übersprungen. Das werde ich jetzt versuchen, bei der nächsten Aufnahme wieder mit reinzupacken. Ich hoffe, ihr findet. So, jetzt stelle ich das mal auf 1, weil ich brauche ja nur 1 Holz. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann. Wetten, bis das Schiff jetzt da ist, habe ich jetzt wieder eine neue Holzladung bekommen. Und die Werkzeugmacherei kann errichtet werden. Und damit bin ich jetzt in sich in der Lage, selber Werkzeuge herzustellen. Oh, Wunder. So. Und mit diesem Wunder werde ich nun eine Aufnahme beenden. Zap. Speichern. Speichern wir mal hier. Let's play. Let's play. Auto-saves. Mein Unionsspielstand. Wir haben schon etwas größer bin ich da. Und hier an die Kampagnen-Spielstände. 5, 5, 6. Das wird scheinbar wieder über... Über... Über Dingens. Bola, äh... Dingens, ja. Überspiegelt halt. Ist gerade das Wort nicht mehr... Ja, doch. Speichern auch schnell. Okay. Spiel, geht es mehr Wohnraum für euer Volk wäre angebracht. Ist gut. So. Ja. Damit welche erste Aufnahme beenden. Es gibt es mir, es gibt es eine Züße, es gibt es eine Züße, es gibt es eine Züße, es gibt es ja nicht zu zu sagen. Ja, dann, bis zum nächsten Mal, euer Zauberwürfel-Gamer.